Hi, ich bin's Marco von ByeHi. Heute möchte ich euch das hier vorstellen. Das sind die Bluma-Filter-Tipps aus den USA. Und diese kleinen Wunderdinger tun sogar was Gutes für unseren Planeten. Wie? Das erzähle ich euch jetzt. Schaut mal ganz genau hin. Habt ihr sowas schon mal gesehen? In diesen kleinen Filter-Tipps, die übrigens aus 100% organischen und biologischen Wachsen bestehen, befindet sich ein kleines Herzchen. Aber das ist nur ein kleiner Vorteil, wenn wir uns das wahre Highlight ansehen. Denn schaut mal ganz genau hin. In diesen Wachsen befinden sich wiederum ganz, ganz viele kleine Wildblumensamen. Das bedeutet, wenn ihr mit der Smoke-Session fertig seid, könnt ihr ohne Bedenken den Bubals entweder wegwerfen oder einfach einpflanzen. Und ein paar Wochen später werdet ihr euer buntes Wunder erleben. Also worauf wartet ihr? Rettet die Bienen. Und für die ganz Faulen unter euch oder für so Leute wie mich, die es einfach nicht auf die Kette bekommen, anständige Joints zu drehen, gibt's auch die vorgedrehten Bluma-Cones. Natürlich auch mit Wildblumensamen im Tipp. Diese und 1800 weitere Hedgehop-Produkte findet ihr jetzt auf buyhai.de. ...